Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Film Ranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Nummer 5 Ein junger Bergsteiger, als Forscher schon eine Legende, bricht zu einer Expedition in den Himalaya auf. Das Wetter wird schlechter, wir sollten uns anseilen! Lawine! Und bleibt sieben Jahre lang verschollen. Die Geschichte eines außergewöhnlichen Mannes und seiner außergewöhnlichen Reise verfilmt von Star-Regisseur Jean-Jacques Arnault. Tut mir leid, aber Sie stehen unter Arrest. Der Krieg stellt ihn auf die Probe. Das Schicksal fordert ihn heraus. Nur wenige würden solche Strapazen überhaupt überstehen. Wir sollten ihnen Hochachtung entgegenbringen. Und plötzlich findet er sich wieder in einer verbotenen Welt. Seine Heiligkeit, der Dalai Lama wünscht, sie kennenzulernen. Die ihn für immer verändern sollte. Es ist mir eine Ehre, euer Heiligkeit. Golden! Goldenes Haar! Ich will wissen von der Welt, aus der du kommst. Wo zum Beispiel ist Paris? Was? Ist eine Atombombe. Und wer ist Jack the Ripper? Messer aus dem Westen. Man tut sie an die Füße, um Fleisch zu schneiden. Nein, man tut sie an die Füße, um auf dem Eis zu tanzen. Ihr müsst Tibet verlassen. Euer Leben ist in großer Gefahr. Ich habe Vorkehrungen getroffen, um euch hier rauszuschaffen. Wie kann ich den Menschen helfen, wenn ich davonlaufe? Wenn du dir einen verborgenen Ort vorstellen kannst, wo sich all die überwältigende Schönheit sonderbarer nächtlicher Träume widerspiegelt, dann weißt du, wo ich bin. Brad Pitt Sieben Jahre in Tibet Nummer 4 A special tree grows hidden. The tree of life. They say whoever drinks of its sap will live forever. Will you deliver Spain from bondage? Take this ring. It is a symbol of your pledge to find the elixir of immortality. You shall wear it when you find Eden. And when you return, I shall be your Eve. Is everything all right? Everything's all right. How's she doing? She had a seizure. Wait. I'm afraid. There's been progress at work. My conquistador, always conquering. We tested the substance. There's hope. Your wife needs you. Death is a disease. And there's a cure. And I will find it. You pulled me through time. Don't worry. We're almost there. Our bodies are prisons for our souls. I'm not afraid anymore, Tommy. All flesh decays. Death turns all to ash. And thus, death frees every soul. Together we will live forever. I go to 7-11, I buy some stuff. 11-11. Lucky 11s. I look at the date, it's 11-11. I look at the time, it's 11-11. I start to see these 11s everywhere. When I followed them, I found these eyes. I'd like to tell you the story of the eyes that changed this world. When I saw you, I had the feeling that I had known you. Like we are connected from past lives. I don't believe in that. What do you believe in? I'm a scientist, I believe in proof. Every person on this planet has their own unique pair of eyes. You ever feel like when you met someone, they fill this hole inside of you? Are you okay, man? Yeah, I'm okay. The way you talk was like, poetic. To me, the best thing about living like a lab rat is that sometimes, you actually discover something. You know? The white peacock? Symbolize his souls being dispersed throughout the world. We'd like to get married. There is no proof that there is some magical spirit living above us. Why are you working so hard to disprove God? Sophie? Sophie? Sophie! I never got to say goodbye. What if I bring you something that'll take your breath away? Check this out. There's a girl born in India with Sophie's exact iris pattern. Impossible. Maybe the eye really is some kind of window to the soul. You should go to India. I'm looking for someone. All I have is a picture of their eyes. Could you help me find her? What would you do if something spiritual disproved your scientific beliefs? Most people's doors are completely closed. What's behind the door? Love and anger and fear and joy and sadness. All at once. Nomad 2 Love and anger and fear 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 Musik 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 Nummer 1 Musik 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 Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.